hier habe ich diesmal von angelo arms eine steinschleuder slingshot hi velocity ich habe keine ahnung pocket slingshot made in taiwan angelo arms macht auch ziemlich coole messer ich bestelle bei dem händler da ist nichts mehr drin ok so sieht das gute stück aus ich habe mehrere davon manche kannst du unten mit nachladen und so weiter das hier ist halt so eine taschen steinschleuder dann mit 8 mm kugeln also mit 8 mm stahlkugeln schießt wer schießt heutzutage eine steinschleuder noch mit steinen das ding heißt zwar so aber alle schießen mit 8 mm stahlkugeln in der regel war super günstig hat gekostet 3 euro 34 also kostet aktuell 3 euro 34 plus versand ich werde euch das ding auf jeden fall verlinken wünsche euch noch einen schönen tag bis denn dann tschaui ach ja wenn ihr bock habt lasst mir einen kommentar da abonniert meinen kanal was auch immer bis denn dann